Meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie einen Ausschnitt, was wirklich wahr ist, ja. Mein Leben war in Städteldorf, das ist doch heute, heute schon klar. Aber ich hab viele Sachen, ja, mitgemacht, das ist mir klar. Was ich alles mitgemacht habe, ja, will ich gar nicht sagen, ja. Dann kann ich mir ein Buch schreiben, ja, mit Tausendsklettern, ist doch klar. Aber eins kann ich sagen, ja, die Räuberbande ist schon da, ja, ja, ja. Die Räuberbande, ja, 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 haben 56 Millionen, ja, mir gestohlen, wirklich, ja. Ja, 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 und jede Bande, ja, die Bande, ja, 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 willst du sie sehen, ja. Brauchst du nur auf die Kreuzung stehen, ja, warten, bis die Traktoren kommen, ja. Ja, ja, wenn ein neuer Traktor kommt, das ist ein Bandenmitglied, ja, bin ich überzeugt sogar. Nur wenige, nur wenige haben das Geld für selbst ein Traktor, ja. Aber die meisten sind fast erfahren, ja, fahren mit fremden Geld sogar. Ja, die Räuberbande, ja. Glaubt, in der Kirche kann sie die Sünden ablegen, ja. Ja, das glaubst du wirklich, wirklich, ja. Nein, das kann ich dir sagen, ja. Da wirst du in die Hölle kommen, ja. Da wirst du gebraten für immer, ja. Immer gequält, jeden Tag sogar. Bist du verdammt in der Hölle, ja. Och, der Fahrer kommt sicher vorbei und sagt, Heute ist nichts genommen, ja. Wär ich nicht zur Hölle gefahren, ja.